moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen side easter egg zeigen und zwar könnt ihr bei diesem side easter egg gratis einen juggernaut bekommen und eine stufe 3 waffe und wenn ihr etwas glück habt leute bekommt ihr sogar die raygun was ihr machen müsst ihr aktiviert pecker punch geht dann dazu diese position wo ich bin zum stuhl da ist eine blaue kugel die schießt ihr ab dann geht ihr die treppe runter hier rechts an der wand duckt ihr euch ein bisschen und schießt die nächste blaue kugel ab dann leute springt ihr hier ganz nach unten und da seht ihr hier dieses fenster bei mir ist jetzt eine barrikade darum sieht man das nicht so gut aber da ist auch eine blaue kugel ist ein bisschen knifflig ja da seht ihr einmal abschießen und dann geht ihr zunächst genau gegenüber leute hier auf diese kisten da seht ihr schon in der ecke die nächste blaue kugel die schießt ihr auch ab dann geht ihr hier die treppen hoch nach links hier auf dieses gerät drauf und dort oben haben wir die letzte blaue kugel so wenn ihr nun alle fünf blauen kugeln abgeschossen habt dann werdet ihr teleportiert hier werden überall jetzt zombies erscheinen die tanzen so wie ihr seht sind hierbei zombies die zombies haben eine kiste auf dem rücken und diese kiste wird halt später diese kiste sein die ihr aufmachen könnt und da kommt halt blut raus also juggernaut ist immer da drin den habt ihr immer garantiert und eine stufe drei waffe so wenn das dann vorbei ist leute werdet ihr zurück teleportiert und ihr seht die kiste dort die könnt ihr einfach öffnen da ist eine menge schrott drin und ein free juggernaut das ist jedes mal drinnen und eine stufe drei waffe ich hatte pech gehabt bei mir war es keine ray gun bei mir war es eine mg aber warum nicht leute so naja das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ich euch mit dem video helfen konnte schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal